ja das was passiert hier warum das ist nicht gut und ich weiß nicht wieso er das macht ich habe keine erfahrung mehr um den blog aufzuheben das ist ja natürlich ganz toll aber ich habe hier gar nicht mehr so viel aber das reicht vielleicht für den blog aber warum der kann doch erzähl mir doch nichts stimmt doch was mit dem alter will ich jetzt erschrocken ich dachte da kommt jetzt wieder ein creeper angelaufen oder sowas was ist da denn jetzt los wenn ich das jetzt weg macht dann geht es wieder jetzt geht es warum hat er denn bei 64 aufgehört also wie es aussieht kommt er sowieso nicht hinterher das halt nicht so cool mach jetzt einfach mal so naja kommen das ist doch ist doch nicht schlimm mach jetzt da hinten noch einen hin und zwar hier mache ich das dann am besten einfach den clown und dann wieder ich könnte den abbauen eigentlich hoch was soll ich denn jetzt gedrückt ich könnte den abbauen und kondensen heilige scheiße kommt das machen wir jetzt hier das kriegen wir sie hin also das kriegen wir hin ich brauche ja nur ein sodass reicht ganz wieder glas machen warte mal ich mache mir noch einen dritten weil dann kann ich vielleicht in zukunft mir noch ein basteln lassen was mit den samen hier warum warum gehen die nicht in das dank null rein also mein inventar sieht wieder absolut zum kotzen aus dann machst du jetzt mal wieder so drehen zweimal neun mal neun aber nur das hier und jetzt toll jetzt hat er natürlich sondern natürlich wieder scheiße gebaut bzw ich habe scheiße gebaut nämlich der mal wieder weg macht da die dinge raus und jetzt sind da hoffentlich keine mehr drin es soll nämlich nur diese der hier eigentlich hier fünf samen mehr sollst du nicht machen und neun mal neun verbrauchst ja kein strom und jetzt noch zweimal drehen funktioniert der braucht eine weile bis er voll ist deshalb warte ich da jetzt mal noch aber hier was halt nötig es sieht nicht so geil aus muss ich sagen dieses gewächshaus hier aber was willst du denn machen hier so warte mal das kann ich raus machen und nehme ich mir einfach so und block und macht ihn dahin das geht schon irgendwie der hat ja hier richtig bock der dinge aber ich glaube immer noch dass der da nicht hinterher kommt aber mein gott was soll's braucht er dann genauso viel strom wenn der was macht es dann für einen sinn dann lasse ich den noch auf 1 einfach auch wenn das hier komplett ausrastet dieses ding so jetzt muss ich mir aber noch was überlegen denn ich will nämlich das hier unten auf keinen fall so lassen weil ich irgendwas anderes hin machen irgendein schöner block die frage ist wo kriege ich einen her der gut aussieht close don ist jetzt nicht so meins ist einfach ich weiß nicht dass das ist so ist zwar ein schöner block aber es gibt doch da bestimmt stone ohne ende der dann auch tatsächlich gut aussieht wie wärs denn mit so einer andesit kacke wehste habe ich nicht so viel davon aber ein bisschen was möchte das dann ja toll möchte das dann irgendwie gemeißelt krieg das ist schön aussieht wo ist denn die wackel was aber ich denn nicht fackel schiesel meine ich wo habe ich die denn also bin ich jetzt blind oder die da wirklich da drin ich entschuldige mich im voraus falls sie da jetzt drin war und ich habe sie nicht gesehen ich weiß dass ich blind bin bitte unterlassen sie diese unterstellungen die wahr sind ich glaube dass die da unten drin ist vielleicht bin ich auch einfach nur dumm und die ist in meinem inventar sieht aber nicht danach aus aha da ist er der übeltäter so wie sieht das zeug denn aus also ich hätte gerne irgendwie was schönes auf jeden fall also ich finde andesit ist ein echt guter ersatz für stein weil da musste das nicht schmelzen das kannst du einfach so hier in die schüssel reinhauen und da furzt der hund erst mal ich würde gerne wissen wie das seitlich aussieht da muss ich von oben drauf schauen das hier sieht natürlich nicht schlecht aus aber das problem ist das muster bleibt nicht und rum und und rum rundum meine ich natürlich das ist jetzt halt das hier ist einer meiner favoriten weißt du was ich glaube ich nehme den und wenn es mir dann nicht gefällt oder wenn es euch nicht gefällt dann mache ich es halt wieder rückgängig das juckt doch kein schwein sammle ich erstmal das hier alles auf muss ja eh alles weg und dann muss ich mir halt überlegen was ich jetzt mal hier mache weil das sieht scheiße aus absolut zum kotzen sieht das aus so da habe ich das ganze shit hier wieder ein weil ich glaube der hier hat auch was davon eingesammelt nö hat er nicht weil er ja ein filter hat das perfekt wie so eine zigarette ne ähm gehe ich dann jetzt da drunter oder was mache ich ich mache jetzt einfach mal also ich muss sagen mit diesem block reach ist zwar alles gut und schön dass du hier schön weit weg an die blöcke dran kommst aber mit dem mit dem hier es ist mir dann doch lieber also ohne block reach weil du hast dann hier deine freiheit ein bisschen besser im griff so hier muss auch weg ist die frage kann ich die tür weg machen ohne die blöcke unter der tür weg machen ohne dass die da irgendwie warte mal da gibt es doch signal plated energieplattierter fluid dukt energiegeladene item dukt transfers item and redstone flux das wäre natürlich ideal da kann man strom und ähm items damit transportieren und ich glaube das mache ich zu meinem nutzen dann mache ich die hier mal weg und mach die hier ja junge ist das dein ernst so die tür geht natürlich weg ich hoffe die blöcke habe ich dann wenigstens zurückbekommen ich weiß es nicht ich mache jetzt mal so hey ist aber der falsche block den du da hin machst du wirst du den anderen haben das hast du sehr gut erkannt so hier ist der nächste wasserblock durch hier ein bisschen im voraus planen jetzt habe ich aber halt das problem ich müsste hier noch einen hin machen und jetzt habe ich keine mehr aber ich kann einfach so machen scheiß doch drauf und gib mir dein code ich will dein code haben hier brauche ich auf jeden fall wieder die feldhacke dann elektrothinsamen kommen da wieder rein aber da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht überall dran so und dann bräuchte die feldhacke die habe ich wahrscheinlich nicht da in dem sack drin das ist halt blöd ne weil kann ich nicht mal gartenarbeit hier machen jetzt hoffe ich aber mal dass wenn ich die türen dahin mache und glas blöcke rein platziere und danach diese scheiße da weg schüssel kann ich jetzt machen auch aber mindestens einen andesit block im inventar dann mache ich mal zack dann wähle ich welchen wollte ich denn haben den hier wollte ich den markiere ich jetzt mal dann kann ich glaube ich so machen aber das sieht doch nicht schlecht aus was alles was 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 du und das wenn es du w du w w Vielen Dank.